ach du ruhig wieder auf okay ich trete das wir könnten eigentlich theoretisch mal das mikrofon echt in game ausprobieren oder keine ahnung ist nicht mal wie das geht du kannst das in den einstellungen aktivieren unter audio kann man die mikrofon empfindlichkeit wohl irgendwie noch einstellen auch empfangs raushit stärke mikrofon test kann man auch machen nicht Test, 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 Test Test, Test Ich brauche Anfangslautstärke, ich brauche TRABS-Lautstärke ァ Sparekommunikation still Bustur Tock Test Dann kommst du nur ziemlich leise durch, das peut-être dann anscheinend ick also bei mir wäre es sowieso aktiviert gewesen aber welche taste muss ich drücken test gar nichts test 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 ja kannst du vergessen machen wir weiter wie bisher ja wir haben eine gute alternative wo wir uns gut verstehen ja mit freundenspielen kampagnen erstellen ja ich würde sagen wir überspringen die brücke mal weil sonst hängen wir wieder da dunkler carnival das kann man noch mal versuchen auf normal ist das verfügbare dedizierter server freunde einladen und zack kann ich beitreten ja dann mal los ja gucken ob das hier besser läuft hast du wieder offiziell hast du wieder offiziell ja ja weil sonst zu zweit mit kis da das wäre ja richtig für ein eimer wir brauchen eigentlich in zukunft noch zwei leute dann stabile aktive mitspieler dann wäre das richtig nice so über discord könnte man sich perfekt absprechen das ist ein zauberschlitten aber ich kann damit nicht über eine endlose blechlawine fahren sieht nach laufen aus wir sind so mit dem wagen werden wir wenn wir ihn fertig getankt hätten ja rausgefahren dann schöne rotzern hier okay dritte anbieter server bereitgestellt von whatever einfach dazu stoßen einfach dazu stoßen einfach dazu stoßen einfach dazu stoßen jipp aber wo haben wir die waffe da kann ich ja gar nicht gefällt lade doch auch hier sind die nach der Schottgang hier ist leider nicht so toll die lebt so lange noch du musst ein Schuss und dann direkt wieder nachladen Wo kommt die Beute denn her? Geht schon wieder los! Shit! Ich hab ihn dir vom Kopf gehauen. Ich war gerade am Nachladen. Bin hinterher gelaufen, rechts in der Maustaste, bam. Ja, es war doch viel besser. Während es am Nachladen ist. Was für eine Scheiße. Ich lade nach. So, wo müssen wir hier lang gehen? Aber da wo die Zombies sind, ne? Ja! Immer den Zombies nach! Lade nach! Lade! 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 Schieß nicht, da war ich auf mich! Lade! Lade! Was? 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 Mach keine Wettchen! Boah! Ich bin niedergeschlagen, den Hunter, ja? Lade nach! Lade nach! Danke für die Ausfahrt! Wir sind Freunde ja da! Tch! Jetzt geht's gut! Tepp Maschine ist da! Ja! Elektiv? Ja! Scheint so! Na großartig! Uiuiuiuiui! Das waren wir hier aber nicht, oder? Das Schlachtfeld! Eigentlich nicht! Elektroden hier! Kommen die erstmal schön einfach so aus dem Büschen rausgelaufen! Boah! Hey! Mann, ist los! Halt auf wo du hilfst du jetzt! Oh! 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 Und trifft er! Oh shit Da liege ich ey Ich bin ein Arsch Steh auf, dafür ist jetzt keine Zeit! Herrlich Oh mein Gott, ich hab doch auch gesehen wie du weggeflogen bist Oh und keine Aufnahme davon, das sah mir schon richtig gut aus Oh herrlich, herrlich Ich sag nur noch wie du zur Seite weggeflogen bist Ich dachte nur, ja Oh Gott Ich hab keine Ahnung wo wir lang müssen, ne? Aber ich glaub wir müssen hier runter, oder? Ja Oh, ich hör diesen Jockey, da ist er Jockey! 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 Ich muss mich erstmal heilen hier, sonst geht hier nix So gut wie tot ey Ey das läuft ja gar nicht, was ist denn bei uns los? Wir müssen ja erstmal richtig warm werden Oh, wir sind im Kreis gelaufen Was ist das denn für ne Wummel? Das ist ja geil MP5 oder sowas hier Am Hammer Das sei der Hammer Wo bist denn du? Ich bin wieder hier hochgelaufen Warum das? Irgendwie sind wir wieder zurückgelaufen Adrenalinschutz Hm Hier gibt's so ne richtig nice Knitte Boah Und damit kann man noch arbeiten Wenn sie nicht oft nachladen müsste Shit Oh, stirbt doch einfach Jo, hör auf mit dem Bullshit, okay? Lade Lade nach Smoker Nein Hab einen Schocker Lade nach Die kam von hier oben Das heißt, wir müssen hier hoch Unwahrscheinlich Pass auf dich auf Damit das Ganz eventuell Super! Waffen! Ungefähr, ne? Geht die denn hin? Ich hab keine Ahnung Muss mich kurz aufheilen? Ich muss mich kurz heilen Puh Das hab ich gebraucht Sprüche von den Typen hier sind auch recht cool Irgendwie sind wir jetzt wieder komplett am Anfang Sind wir zurückgelaufen? Nein Oder? Doch Das ist ja ne Map hier So was Das ist ja ne Map hier So was Ach da Ach da Tankstelle oder sowas Hier Die Autobahn ist dicht Die Autobahn ist dicht Hier durchs Hotel Was zur Hölle soll denn das bitte? Ich hab diesen Klüberscheiß abgekriegt Los hoch auf die Planken Los hoch auf die Planken Nimm Schlittergranaten Ne Witch Erstmal Licht ausmachen Na großartig Ich hör sie ganz eindeutig Ich bin runtergefallen Ich lade nach Er läuft hier mit ner Falle rum ey Na großartig Oh die ist aufgeschreckt Oh die ist aufgeschreckt Shit Wo ist die denn? Keine Ahnung Aber Oh die Witch ist da Wow Langsam hier den Hügel runter Sieht ziemlich steil aus Geht's bergab hier Und die Witch ist hinter mir her Scheiße Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich hab sie angeschossen Von weiter weg aber Er hat's lauft Lauf bloß Lauf Kann man vor der Echt flüchten anscheinend War wenn du weit genug weg bist Ja aber noch ganz viel Glück hat ja Ach Lade Lade Ach Chu Lade nach Lade nach Ich glaube der andere hat die Witch jetzt an´der Wache Lade nach Das tut mir so leid. Was dann? Diese Tap Machine hat die Witsch jetzt in der Backe gehabt. Hm. Oh, was kommt davon, wenn man nicht zusammen bleibt? Ja. So ist das. Lade! Bei dem Berg wären wir jetzt nicht wieder hoch. Schnapp mehr Verbandszeug. los rein mit euch! Mist ich kann doch nicht der Letzte sein. gets l .... Die meisten Infizierten getötet. 71. Yeah! Und du warst beim Tank dafür aber auch besser. Wuuweh ... Ja, Hallo, wenn er die ganze Zeit hinter mir herläuft. Bleibt nicht aus, ne? Bleib bei dieser Wumme, ich hol mir nur Munition hier. Du 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 du, geht voll ab. Hier kommt ein Clown da angelaufen. Oh, die geht ab. Als Kind habe ich diesen Ort geliebt. Lade nach! Lade nach! Oh shit. Das war das zum Thema Jockey. Oh, ein Hunter. Und genau auf mich drauf natürlich. Was auch sonst. Hey, lass den Scheiß! Passier! 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 Und schon wieder zu dir! Oh, ja. Rückwärts laufen drauf halten. Mehr geht nicht. Kann man die Taschenlappe immer wieder anmachen, die Witch ist ja weg. Hat Hunter geschüttelt. Wer denn auch sonst? Was zur Hölle soll denn das, bitte? So welcher Vollhonk war das? Oh mei... Oh nee... Na klasse... Und die Witch auch noch am Start hier... Wahrscheinlich so noch hinter mir her, ne? Genau... Wie immer, zerfleischt sie nicht... Oh, jetzt kann ich mich erstmal heilen hier... Sonst bin ich weg vom Fenster... schon viel besser... Cat Machine sieht auch nicht besser aus... Oh... Hier ist ne Rohrbombe... Rohrbombe? Ja... Ich glaub das war das, da konntest du sie mit ablenken... Aber wir sind glaub ich schon gleich wieder da... in der Hood... In dem Fall nicht weit weg... Wieder mal von mir getötet... Äh ich komm ich glaub ich müsste verlaufen... Ich komm dir mal entgegen... Alter, warum mich? Lade nach! Lade! Achtung! Wann zur Hölle schießt du auf mich? Lade nach! Bip, bip... Geschützt hab ich dich... Aha... Aha... Lade nach! Lade nach! Vorsicht! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Boomer! Von oben! Voll gut... Hey die Pugel tun weh! Ich hoffe doch das war in Versehn! Jetzt brauche ich ein richtiges Stackel, ein kleiner Mund, der Macher, super. So seid ihr. Da. Ja, nein, hier ist hier irgendwo ein Ecke gelaufen. Verdammt, ich glaub's nicht. Ah, ich erinnere mich an dieses Karussell, da musste man so doof im Kreis laufen hier. Verdammt, das Karussell. Links rum und dann rum hier. Mach du, mach zum Treisen die Kerl ab. Lade nach. Lade nach. Wer hat euch sie das sehren, wenn ich auscheck das? Lade. Lade. Aufwand, aufwand. Lade. Lade. Lade nach. What the fuck? Leute! Schwer was los hier. Mach die Tür auf, lass mich rein. Alter! Ich schieße dann ganz knapp an dir vorbei, damit du dann mal wegkommst. Alter! Voll gut, ey. Übern Kopf und deine Ohren vorbei, da drr. Die Wumme ist echt gut, hoffentlich hab ich die gleich noch. Die macht Spaß, die zieht richtig gut durch. So. Ja, auf jeden, ich hab die noch, das ist nett. Wir wollen ein paar mehr Medikits, ey. Oh, wo du es sagst, ich könnte auch eins gebrauchen. bestätigt ich hätte es ja noch bei einem und laufend voraus erhält das ist hier wird was ist das sein abgeblieben da ist nix was das ist irgendwie die decke da oben rein irgendwer hat ihn gesprengt oder so oder so ist gut in den schwanwartungsraum der liebe ich hoffe alter alter schwede schwer was los hier Oh ja! Oh shit! Wie nett, dass ihr mich anguckt! Runter und weg! Runter und weg! Sonst fackeln wir da oben ab! Ich hätte sie jedenfalls mal von ausgegangen, ne? Ja! Das Feuer hat sie... Hallo! Ich mich abballern! Lade nach! Lade! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Starte! Starte! Wow! Jockey am Start hier! Soll denn das bitte! Lade nach! Nerf mich nicht hier! Arsch hoch jetzt! Moment, ich muss heilen! Ah, jetzt müssen wir irgendwie zum Helikopter kommen, irgendwie sowas. Danke, ich schuld dir was. Das schaff ich nicht allein! Ich brauch Hilfe! Dieser Mist tut echt weh! Das ist das erste Mal, dass ich möglichst früh aus diesem Tunnel raus will! Oh nein! Diese verdammte Achterbahn, ne? Ja! Und ich bin so gut wie tot, ne? Das ist richtig nett! Na, schauen wir mal! Die sind alle abmarsch! Hopp oder Top! Zombie-Killer der Woche! Ja! Aufpassen! Ich kann ihn! Lade nach! Lade nach! Schau! Schau! oh shit was ist runtergefallen ne ne aber ich hab nen Hunter irgendwie hinter mir nein jetzt bin ich runtergefallen verdammte scheiße gucken hier ist ne Leiter zum Glück mal gucken Hunter Hunter oh god ey ich bin da ledig glaube ich ja shit NEED HELP NEED HELP oh scheiße lange halte ich nicht mehr durch hier wie ich hier liege helf mir scheiß Clown hier ich hasse eh Clowns scheiß Clown hier ich hasse eh Clowns ich hasse eh Clowns laden auf helf mir jetzt erledigt es einen nach dem andern wa scheiß ich bin hin shit scheiße vorbeikoi helf mir auf 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 danke es löschen zieh zu mal nicht auf mich scheiße bin voll mit diesem textzeug bin getroffen verdammt hilfe kacke mann lade nach hilfe Alice aah aah muss stehe auf dafür ist jetzt wirklich keine Zeit nyeaah nyeaah danke nyeaah alter schwalter wenn er das jetzt noch schafft ne die Zombies haben mich voll erwischt nyeaah nyeaah OOoo ASH paddy ich hab nich mehr dran geglaubt hihihi 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 ich hab echt schon gedacht wir gehen dran ha lisft hihihi ha thats Ter fact schlechter ha h Ар hihihi Hihihi LÄU so jetzt sind wir wenigstens alle wieder beisammen nicht hinüber aber auch nicht gerade ich lade nach viel besser die klauen das mit ihren quietschenden schuhen oder was ich gehe nochmal aufladen das meister an der Moni holen er kann nicht schaden nun lässt sich schützen das ist nur Schwierigkeitsgrad normal ist nicht mehr leichter beziehungsweise irgendwas schwierigeres als normal das direkte danach leicht nur schützt 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 was ist denn durch den autoscooter durch den autoscooter ja dann irgendwie nicht da ist ein tank Nein, 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 nein Yes Oh man, 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 man Oh, eine Witch jetzt auch noch Mach bloß das Licht aus Oh, ich hab sie genau vor mir Ich lauf da jetzt schön dran vorbei Oh, ich kann nicht dran vorbei, da ist nix Da ist ein Zaun Musst du echt genau an ihr vorbeilaufen, dass du hier in die Bude reinkommst, oder was? Ohne Scheiße, ey Oh, Scheiße Ah, Mädel Aufwand Ich bin, besser raus Ich bin gekommen Oh, Alter Lade Hast zwar was abbekommen, aber wir kriegen's schon hin Ach, dieser KSM ist weg Los, komm Ist wohl offline gegangen, ne? Durch die Tür Wo seid ihr? Folgt mir Ich hab den Weg Ach, da Wieso sind die da oben irgendwie jetzt? Komisch Ja, wenn die sagt, durch die Tür, dann ist das wahrscheinlich die Tür hier, ne? Hier ist Verbandszeug Jo, apropos Verbandszeug, ich könnte mich mal wieder heilen Leut Oh ja Wir haben Waffen Oh! Wir haben Waffen Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Mit der... Knifte, ja, ich hab das Fieger oben vom Dach geholt, man! Lade nach! Lade nach! Vorsicht auf den Dächern! Keine Moonen mehr hier. Shit. Das hier so richtig... Abgefackelt. Keine Gnade hier. Wie schön! Leute! Erwischt! Ja, ja, voll Treffer! Munition! Lade! Hier gibt's Munition, das ist gut. Munition hier! Verbandszeug! Muss heilen! Abgewirkt! Ach, hier gibt's nen Knopf. Munition! Ja, spitze! Das ist doch mal! Hast du einen Knopf wenn jemand ausgedrückt! Ich denke zu��ß. Ich bin auf jeden Fall. Da wäre in Dach. Ich bin auf jeden Fall. Es geht nicht nur als verrücktert und das Wasser raus. Oh blab pads! Aufpassen! Glade nach! Glade nach! Glade! Glade nach! Schuhe auf! Go! Schnell! Hier kommt's wieder! Glade nach! Glade nach! Du schießt schon nie auf mich! Oh mein Gott! Glade nach! Glade nach! Glade nach! Glade nach! Glade nach! Glade nach! Was zur Hölle soll denn nach bitte? Glade nach! 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 aus dem gebäude doch ja so ein Leben schütt das ist verdammt ich bin hin ich auch was erschienen aber das ist hier kurz vor Schluss ist das richtig hart das ist hart K für Kinder ist es auch schnell erst alleine Monsch die haben aber Hunger also noch mal den ganzen Spaß hier Oh, lass das. Lade. Lade nach. Lade nach. Vorsicht. Noch ein Schuss hat mich so durch die Tür. Oh, 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 oh. Ich lade nach. Hallo? Wir sind demselben Team. Och, nö. Was denn? Ach, ne. Wir müssen ja die Afterbahn nicht noch machen. Ich hab jetzt schon gedacht, wir müssen die jetzt noch mal ablaufen. Ne, das ist ja vorbei. Ne, das ist ja neu. Los, rein ins Stadion. Ich hab ne Idee. Fiegt ja schon gut an. So ein Cheat. Ich brauche Deckung zum Verasten. Oh, da sitzt es immer noch da. Oh, scheiße. Vorsicht. Oh, Mann. Das war nix Neues. Die kommen und gehen. Oh, die sitzt genau da, wo wir langen müssen, ey. Oh, großartig. Wir können schleichen, wenn wir Schiff gedrückt halten. Ich glaub, das hat sich erledigt. Shit. Und wieder auf mich drauf, natürlich, ne? Ich bin immer auf mich. Du warst so nett dran. Jetzt wird geschneipt. Jetzt wird geschneipt. Hey, danke. Das darf doch nicht wahr sein. Überstacht. Noch mehr Zombies zum Veraxen. Vorsicht auf den Dächern. Smoker, Smoker! Volle Breitseite von allen Seiten. Boah, noch ne Witch, krass. Ich träum das nur. Ich träum das nur. Ich hör auf jeden noch eine. Krass. Ganz nah dran. Oh, shit, ey. Geh zurück, geh zurück! Ich fackel sie ab. So geht das. Die ist genau da lang, die ist genau da lang gelaufen und ich hab da schön vor der Nase erstmal schön abgedrückt. Oh, shit. Das tut echt weh. Wir müssen das Tor aufkriegen. Munition. Ich muss das Verbrauchern. Oh, shit. Ich häng am Gartenzaun hier. Ich häng am Gartenzaun. Oh man, ich bin so erledigt, ne? Das Nachladen backt bei mir gerade, haha, ich bin erledigt, shit, ich bin richtig erledigt, verdammt, nicht so blöde, hey, hier drüben, geh auf, geh auf, laden ab, danke, ich hol dir ran, hat mal jemand geheim sein, Alter, das wird so nix, Arsch hoch, geh auf, laden ab, bleibe. Ähm, Hilfe. Befest! Wo ist das Vieh? Hier hinter. Da? Oh, mich hat's gekillt. Oh, scheiße, was hat ich gekillt? Irgendwie. Ich komme nicht dazu, ihm zu helfen. So ein Idiot, warum rennt denn den Schleim? Keine Ahnung. Toll, der Sonne im Arsch. Vielleicht sollten wir doch einen leichteren Schwierigkeitsgrad nehmen. Ganz leicht, ey. Das kriegst du hier nicht. Ich denke, das reicht mir. Ja, das war's heute. Das war so, als nächstes Wochenende mal wieder herantrufen oder so. Was meinst? Ich sagte, sonst macht man nächste Woche weiter. Das könnte man auch. Oder sonst wie demnächst halt, ne? Wie's halt passt. Mal gucken. Hier, muss doch mal schauen, ne? Können wir mal schauen, was wir auch sonst noch für Spieler haben, die wir gemeinsam haben, die man auch so spielen könnte. Ich kann nicht schießen. Ich glaube, die 270 Spiele oder so hier. Komm, wir mal die Tage schauen. Also langsam kommt auch die Möglichkeit hoch. Das ist echt. Ich glaube, mach mal Feierabend. Ja. Muss halt zu spät werden. Doch.